Okay, eine der Basiskompetenzen in Adobe Illustrator ist das Erstellen von Formen. Das brauchen wir, um Icons zu machen oder irgendwelche Zeichen, die wir auf Plakate drucken können. Je nachdem, ich werde euch da noch genug Beispiele im Unterricht geben. Wir schauen uns auf jeden Fall mal an, wie wir das machen können. Und ich gebe das jetzt nochmal weg, weil ich möchte euch ganz kurz noch zeigen, einen Unterschied habe ich vergessen, nämlich das letzte Mal beim Unterschied Photoshop zu Illustrator. Und zwar nämlich, dass ich, wenn ich auf ein Werkzeug draufklicke und halte, so wie hier, dann kann ich natürlich das Werkzeug wechseln. Und ich habe hier die Möglichkeit, wenn ich da außen auf diesen kleinen Pfeil klicke, dieses Werkzeug rauszulegen und dann mir in den Arbeitsbereich dorthin zu platzieren, wo ich möchte. Ich nehme jetzt ganz kurz ein Rechteck-Werkzeug und jetzt bitte ich euch, ich werde es zweimal erwähnen in diesem Tutorial, aber ganz wichtig, merkt euch folgende Tasten, die wir brauchen. Die Shift-Taste, Großschreibtaste sagt man auch. Die Alt-Taste, die Steuerungstaste oder für Mac Command-Taste und die Richtungstasten, rauf und runter, um genau zu sein. Die brauchen wir jetzt. Gut, Variante 1, ein Objekt oder eine Form groß zu ziehen. Ich habe jetzt das Rechteck-Werkzeug ausgewählt und ziehe einfach groß. Proportional, wie ich das möchte. Das ist jetzt mein Rechteck. Ich mache das jetzt vielleicht umgekehrt, dass wir da auch ein bisschen eine schöne Farbe haben, weil sonst schaut das ja doof aus. So, gut. Also, erste Form haben wir erstellt. Ja, war jetzt nicht schwer. Ein kleines Rechteck, weißer Rahmen. Qualt mir jetzt nicht, da mache ich jetzt vielleicht einen schwarzen. Und den vielleicht ein bisschen stärker. Schauen wir mal. Ach so, das müsste ich auch auswählen im Optimalfall. Gut, kleine Form Rechteck mit einem Rahmen. Gut, zweite Variante, ein Objekt groß zu ziehen, ist, indem ich einfach sage, ich klicke jetzt auf irgendeinen Punkt und dann kommt dieser Dialog. Und hier sage ich jetzt eine gewisse Breite. Mein Rechteck soll zum Beispiel 100 Millimeter mal 35, passt mir gerade ganz gut, Millimeter haben. Enter und dann habe ich schon mein perfektes Rechteck. Hier oben seht ihr dann noch einmal die Größe, die diese Form hat. Okay, also das heißt einmal aufziehen oder einmal klicken. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit der Ellipse. Und hier jetzt gleich die erste Taste, die wir brauchen, nämlich die Shift-Taste. Mit der Shift-Taste gedrückt und der Maustaste gedrückt, kann ich jetzt den Kreis wirklich proportional perfekt aufziehen. Heißt also, dass der wirklich nicht so irgendeine Ellipse ist, sondern ein perfekter Kreis. Auch hier wieder, Klick und ich kann jetzt Breite und Höhe festlegen. Das wäre jetzt eine Ellipse. Wenn ich jetzt beides gleich mache, 50 Millimeter und 50 Millimeter, Breite und Höhe, dann ist also der Radius 50 Millimeter. Heißt also ein perfekter Kreis. Okay, zweite Taste. Möchte ich einen Kreis von einem gewissen Punkt aus vergrößern, dann drücke ich die Alt-Taste und ziehe meinen Kreis hoch. Dazu müsste ich jetzt mal das Ellipse-Werkzeug auch auswählen. Also hier Alt-Taste und den Kreis aufziehen von der Mitte aus. Möchte ich jetzt proportional richtig bleiben, drücke ich wieder die Shift-Taste dazu. Müsste ich halt auch treffen. Okay, also erste Taste Shift, zweite Alt. Die Alt-Taste hat auch eine zweite Funktion, nämlich wenn ich jetzt ein Objekt habe, ich lösche das jetzt weg, wenn ich jetzt ein Objekt habe, wie das hier, markiere ich das, drücke die Alt-Taste, klicke und halte nochmal und kann so das Objekt kopieren. Das heißt, einerseits ist die Alt-Taste, wenn ich eine Form neu mache, das Aufziehen von der Mitte aus, wenn ich das Auswahlwerkzeug verwendet habe und markiert habe, Alt-Taste, klicken, halten und auf die Seite ziehen, dann ist es kopieren. Okay, so, dann nächste Taste, nämlich, hoppala, so, nächste Taste und zwar die Richtungstasten jetzt in dem Fall. Richtungstasten bringen uns beim Polygon und beim Stern etwas. Zunächst einmal beim Polygon, Poly bedeutet mehrere, also Mehreck in dem Fall und wenn ich das aufziehe, ist es standardmäßig ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eck. Okay, auch hier wieder proportional natürlich möglich aufzuziehen und wenn ich jetzt mehrere Ecken haben möchte, also aus einem 6-Eck ein 7-Eck machen möchte, dann drücke ich einmal die Taste hinauf. 7, 8, 9, 10, wie viele ich auch immer möchte. Runter geht es dann, wenn ich gedrückt halte, maximal bis zum 3-Eck. Okay, gut, das sind also die Richtungstasten. Und das gleiche geht auch beim Stern. Ich ziehe den Stern auf und sage jetzt einfach Taste rauf, ich gebe dem Stern noch ein paar Zacken dazu. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Und wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte, dann kann ich jetzt die Zacken, hoppala, Steuerungstaste ist nicht die Control, so, da, Command-Taste, also die Steuerung oder Command-Taste, dann kann ich die Zacken verlängern oder verkürzen, je nachdem, wie ich es möchte. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Linke Maus loslassen und jetzt mache ich den Rahmen transparent, das ist das Zeichen für transparent und dann ist das eine wunderschöne Sonne geworden. Traumhaft, ja. Also noch einmal für euch, entweder aufziehen eine Form oder einmal reinklicken und die genaue Größe bestimmen. Shift-Taste macht euch proportional richtig, quadratisch, kreisförmig oder je nachdem. Dann die Richtungstasten geben euch Zacken hinzu oder Ecken hinzu beim Polygon und die Steuerungstaste vergrößert die Zacken von Sternen, beziehungsweise auch flacht zum Beispiel ein Polygon ab oder winkelt es größer an. Ja, das ist alles, was ihr wissen müsst. Mehr ist es gar nicht. Formen erstellen brauchen wir noch sehr häufig. Wir gehen mit dem nächsten Tutorial dann gleich in das Kombinieren mehrerer Formen hinein. Ja, das ist alles, was ihr wisst.